Jürgen meldet 250 Likes, nach 50 Likes fehlen bis zu den 300. Man hört rechter Abstand. Ja, das ist heute nochmal 300, einfach geil. Da wird jetzt mal ein Center-Take-Off gewesen, wunderbar. So, Paolo geht über das Center raus. Ja, ist besser, dass er sich besser aufgeteilt bekommen. Lärmmaßnahmen, ja, wurde wohl frustig, weil da standen sie nicht über ein Wohngebet, über die man sagt. Meine Müdigkeit hat auch Transponder an. Dann ab in die Haier. Viel Spaß.